Zuallererst mal wünsche ich euch frohe Ostern und dann heiße ich euch herzlich willkommen zum großen Oster-Unboxing, denn das hier ist eine der perversesten Bestellungen, die ich jemals aufgegeben habe. Da ist einiges an Warenwert mit drin und ich habe mir gedacht, zu Ostern machen wir einfach ein entspanntes Unboxing-Video und ich zeige euch mal, was ich hier bestellt habe und was ihr dann in den nächsten Wochen und Monaten auch in Videos sehen werdet. Wir starten auch ohne Umschweife, wir müssen es nicht unnötig kompliziert machen. Also, wir starten damit, denn es kann sehr gut sein, dass zum Erscheinen dieses Videos hier einzelne von den Videos zu diesen Produkten bereits online sind. Das ist die Green X Serie von Nanolex und zwar habe ich mir hier den Pre-Wash, also den Vorreiniger und Insektenentferner, den Reifen- und Felgenreiniger, das Shampoo und Snowfoam und die Sprühversiegelung geholt. Die werde ich mir testen, weil, ja, man kann schon sagen, da gab es, ja, ich würde jetzt nicht von einem Hype sprechen, ich mag das Wort Hype nicht, weil meistens ist es nicht das, was man eigentlich mit Hype ausdrücken oder meinen möchte. Es gab ein bisschen Aufruhr. Es wurde ein bisschen breit getreten, dass es da jetzt eine neue Serie gibt. Da wird einiges versprochen in Bezug auf grün, nachhaltig, weniger bedenklich, weniger umweltschädlich und es wird vor allem versprochen seitens Nanolex, dass die Produkte von der Leistung her mindestens gleich gut sind, wie das, was es sonst am Markt gibt, obwohl sie grün sind. Das will ich mir doch dann sehr genau mit euch anschauen. Das werden wir auch machen. Es wird zu jedem Produkt ein Einzelvideo geben und es wird dann ein Fazitvideo geben, wo wir uns auch nochmal eben diese grünen Aspekte, diese angeblich grünen Aspekte, ein bisschen genauer anschauen werden. Also Green Eggs von Nanolex. Was ich mir nicht geholt habe, ist der Glasreiniger, der Innenraumreiniger und der Quick Detailer. Kann man vielleicht in einem zweiten Schritt machen, aber die vier werde ich mir mal anschauen. Dann, das ist auch spannend, weil es kann effektiv sein, dass zum Zeitpunkt des Erscheinen dieses Videos, dass hier bereits im Standardlieferumfang der Evo Mini Poliermaschine von Chemical Works mit drin ist. Und zwar ist das der kleine Stützteller. Ich glaube, das ist der 30 Millimeter. Und das ist die Welle, mit der man kleine Polierkegel einspannen kann. Die habe ich mir noch separat geholt, damit ich das für die Evo Mini eben auch noch ausprobieren und dann euch zeigen kann. Ebenfalls neu von Chemical Works. Also jetzt Achtung, neu im Sortiment von Chemical Works. Das ist keine Weltneuheit, das ist keine Revolution. Das gibt es auch schon lange von anderen Herstellern. Aber das, was halt Chemical Works immer wieder schafft, ist uns solche Sachen zu einem sehr attraktiven Preis zu geben. Und da habe ich mir eben diese Bohrmaschinenaufsätze mit den Bürsten geholt, die, das gefällt mir schon mal gut, die nicht zu hart sind. Und es steht hier auch noch drauf, chemieresistent und es steht hier auch noch drauf, soft. Ich weiß es gar nicht. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich nicht nachgeschaut oder ich habe es vergessen. Ich weiß gar nicht, ob es die dann auch noch in einer harten oder härteren Borstenvariante gibt. Aber da ein Dreier-Set mit Bohrmaschinenaufsätzen, um zum Beispiel Polster zu reinigen und oder Fußmatten. Genau dafür habe ich es mir geholt, weil zum Thema Fußmatten wollte ich was für euch machen. Also, dann haben wir uns das auch angeschaut. Dann, ich persönlich bin ein ziemlicher Fan von manchen Mikrofasertüchern von der Collection. Insbesondere von denen, die für die Abnahme von Keramikversiegelungen gedacht und gemacht sind. Gerade das 300 GSM-Tuch gefällt mir unfassbar gut, wenn es um die Abnahme von schwierigen Keramikversiegelungen geht. Solche, die stark abdunkeln, wo man ein hohes Risiko hat, dass sie Schlieren hinterlassen. Ich denke hier an die Sonax CC1, ich denke hier ans Carpo C-Code Slide, da gefallen mir die Tücher sehr gut. Da habe ich jetzt gesehen, gibt es jetzt nämlich auch noch zusätzlich, wo steht denn der Name drauf? Hier, Wipeout in Klammer Pearl. Das sind 320 GSM-Tücher und da wollte ich einfach ausprobieren, in einer 80-20er-Mischung, muss man dazu sagen. Da wollte ich einfach ausprobieren, ob diese Tücher eventuell noch besser für die Abnahme von manchen Keramiken geeignet sind. Deswegen habe ich mir die hier geholt. Ich stelle sie mal hier hin, die nehmen uns sonst ein bisschen in die Sicht. Dann ebenfalls von Nanolex, das SI Splash in der aktuellen Variante und Formulierung. Da hatte ich bisher nur kleine Probefläschchen und da wollte ich demnächst mal für euch anschauen, wie gut das jetzt hier funktioniert, weil ja von der neuen Formel ein bisschen mehr versprochen wird als von der alten. Die alte war mir persönlich zu wenig Hydrophob als Nassversiegelung. Deswegen hier SI Splash von Nanolex. Also wir schauen uns ein paar Sachen von Nanolex an. Und, ne, darauf gehe ich nachher ein, weil da muss man ein bisschen mehr dazu erzählen. Gut. Labo Cosmetica. Ich habe einige Produkte, ich glaube ich habe sogar alle schon hier, nur teilweise sind das Konzentrate. Und wenn ich euch da Videos zu den Konzentraten zeige und die dann entsprechend anmische, wollte ich das schon auch passend zum Thema in den Verdünnungsflaschen zeigen, die Labo Cosmetica selbst hat, die ihr bei Waschbure auch bekommt, wo nämlich hier eine sehr, sehr praktische Skala drauf ist. Wodurch das Rechnen entfällt, von dem her, sehr, sehr, sehr cool. Sprühköpfe, genau, von Labo Cosmetica habe ich nämlich auch, weil ich habe die Flaschen teilweise nur in den entsprechenden Flaschen ohne die Sprühköpfe da. In Bezug auf die Verdünnungsverhältnisse von Labo Cosmetica nehme ich es schon mal vorweg, vielleicht ist das schon online das Video, vielleicht noch nicht. Ich habe ein eigenes Video zu den Konzentraten von Labo Cosmetica gemacht, in dem ich euch darauf hingewiesen habe, dass ich für euch, könnt ihr absolut kostenlos jederzeit online euch anschauen, eine Google Doc Excel Tabelle erstellt habe, wo alle Mischungsverhältnisse drin sind, erklärt sind, inklusive einem kleinen Mischungsrechner auf der zweiten Seite, mit einem zusätzlichen Reiter. Falls das noch nicht online ist oder ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch hier oben. Es ist eine kleine zusätzliche Hilfestellung, die wir euch hier geben, in Bezug auf die Konzentrate von Labo Cosmetica. Dann ebenfalls in einem Säckchen, Elitist Klebebänder. Für mich aktuell immer noch die Nummer 1, weil sie sich wunderbar vom Lack wieder abziehen lassen, weil sie keine Rückstände hinterlassen und einfach auch resistent sind, wenn man drüber poliert. Deswegen hier Nachschub in dem Sinn, weil ich meine aufgebraucht habe. Dann, oh, großer Kanister, der Sonax Profiline Glass Detailer. Ist er Profiline? Ja, Profiline. Das ist ein Glasreiniger Konzentrat, das man entsprechend anmischen kann, dass gleichzeitig auch noch eine Clayloop ist, steht hier vorne drauf. Denn, wo haben wir es? Von Nanolex habe ich mir nämlich auch noch das Glass Cleaner Konzentrate geholt. Ich hatte euch in einem Video, in dem es um Preise von Glasreinigern ging, falls ihr es noch nicht gesehen habt, weil ich euch das hier oben gesagt habe, dass die zwei Produkte mitunter die günstigsten sind, weil Konzentrate, man kann sich sie anmischen und dann kommt man auf einen extrem niedrigen Preis pro Anwendung oder pro Liter, wodurch dann Argumente wie, ja, man kann sich auch den Froschglasreiniger holen, eigentlich wieder zunichte gemacht werden. Ich wollte aber jetzt für euch auch noch intensiver ausprobieren und testen, ob die denn auch gut funktionieren, wenn man sie so stark runter verdünnen kann. Deswegen hier beide Produkte noch für euch geholt und dann schaue ich mir die in Zukunft noch an. Den Glasdetailer gibt es leider nur im 5-Liter-Kanister. Da hätte ich mir lieber einen Liter geholt für die Tests, aber mein Gott, dann habe ich halt für den Haushalt auch noch einen guten Glasreiniger. So, dann nehme ich mal ein paar gleichzeitig raus. Dann können wir die gerade en globo abarbeiten. So, was haben wir noch? Ja, das nehme ich auch noch mit raus und das nehme ich auch noch mit raus. So, einmal auf dringende Empfehlung von Sebastian, sonst wäre ich nicht darauf gekommen, das Pure Shampoo von Good Stuff, weil Sebastian gesagt hat, der Duft, der da drin ist, müsste mir eigentlich gefallen. Ja, es wird langsam besser. Das Problem ist immer noch, ich leide an einem akuten Geruchsverlust, wahrscheinlich aufgrund von einer Corona-Infektion. Es wird langsam besser. Oder ich habe das Gefühl, es wird langsam besser, aber es ist immer noch nicht voll da. Ja, ich kann aber so einen ganz leichten, ich würde sagen, Kaffeegeruch schon rausriechen. Ich glaube, das ist das, was Sebastian meinte. Deswegen werde ich mir das für euch noch anschauen. Oder für Sebastian eigentlich mehr. So, dann, diese Produkte hier gehören alle in die gleiche Kategorie. Wo haben wir es? So, das sind alles saure Shampoos oder Snow Foams, nämlich der Reflected Sour Foam, der Good Stuff Sour Foam, der Surfaces Sour Soap and Foam, den kann man so nicht kaufen. Das war effektiv eine kostenlose Beigabe, weil ich so viel bestellt habe von Waschguru. Deswegen habe ich mir gedacht, perfekt, da brauche ich mir die Literflasche nicht holen. Und dann das Arctic Ice von FX Protect, auch wieder in der Literflasche, die jetzt dunkel eingefallen sind. Spannend. Was ist denn hier passiert? Okay, dazu sage ich gleich noch mehr. Ich habe mir die geholt, weil ich ja versprochen hatte, im Anschluss, also da habe ich mir gedacht, dass das passiert, im Anschluss an das Video zum Labrokosmetiker Purifica, in dem wir ja dieses spannende Experiment gesehen hatten, in dem Kalktabletten in der entsprechenden gebrauchsfertigen Lösung von sauren Shampoos aufgelöst wurden. oder eben auch nicht aufgelöst wurden, weil das ist ja der Punkt. Labrokosmetiker Purifica funktioniert deswegen so gut und das hat man eben schön gesehen, weil es diese mineralischen Ablagerungen tatsächlich angreift und auflöst. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch hier oben. Ich hatte versprochen, ich werde mir diesen Test nochmal im Großen mit allen sauren Shampoos anschauen, die ich persönlich da habe. Und da musste ich noch ein paar mehr holen, damit wir eine möglichst große, relevante Marktübersicht für euch erstellen können. Das ist der eine Grund. Jetzt beim FX Protect gibt es noch einen zweiten. Also ihr seht, also ich sehe das jetzt. Die Flasche ist jetzt dunkel eingefärbt und nicht mehr durchsichtig wie beim alten Arctic Eyes. Das alte Arctic Eyes hatte ja so eine wunderschöne, wo habe ich denn ein Becherlein, so eine wunderschöne blaue Farbe, die dann eben durch die transparente Flasche hindurch kam. Ja, okay, die Farbe ist immer noch da, immerhin, aber die Flasche ist jetzt dunkel. Das heißt, da hat sich schon mal was geändert. Das ist jetzt aber, das spielt für die Performance wahrscheinlich absolut keine Rolle. Was viel wichtiger ist, es gab von euch Hinweise, dass das Arctic Eyes nicht mehr gleich gut funktioniert und auch sich vom pH-Wert her geändert hat, im Vergleich zu dem, was ich hatte und euch immer gezeigt habe. und deswegen wollte ich da mir das noch anschauen. Ich habe auch schon bei FX Protect nachgefragt, ob hier irgendwas verändert wurde, denn das alte hat sehr gut funktioniert und war auch sehr sauer und das neue muss ich mir eben anschauen, wie sich das dann verhält. So, saure Shampoos und Snowfoams. Dann FX Protect Interior Detailer, den hatte ich bisher noch nicht, den möchte ich einfach mal zwischendurch anwenden und mit anderen Interior Detailern vergleichen. Vielleicht kann ich euch ja dann dem auch in Zukunft empfehlen und ans Herz legen. Nachschub Dodo Juice Clearly Mental, für mich immer noch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Glasreiniger, den es überhaupt gibt. Meiner war leer. Und dann brandneu, das Wax On SEO 2 Shampoo von Infinity Wax, ein Versiegelungshampoo. Da plane ich schon seit längerem, ja okay, hier findet schon mal eine Phasentrennung statt, muss man also wahrscheinlich, ja, muss man gut schütteln. Ich plane schon seit längerem einen großen Vergleich von Versiegelungshampoos, der ist nicht ganz so einfach umzusetzen, wie ihr euch vorstellen könnt. Man braucht ja eine gleichbleibende Oberfläche, man muss nach jedem Test von so einem Produkt hier immer sicherstellen, dass die Oberfläche auch wieder komplett rein und sauber ist. Das braucht alles Zeit. Deswegen, dieser Test wird irgendwann kommen und da wird das Produkt dann dabei sein. Gut, jetzt kommt nämlich das hier und das hier. Das wurde jetzt nicht bei Waschguru bestellt, das habe ich mir bei B-Point AT, österreichischer Shop, liebe Grüße an dich, Andreas, bestellt, die Labo-Kosmetika Mikrofasertücher, weil Labo-Kosmetika macht jetzt auch in Mikrofaser und teilweise sind die, wie es halt Labo-Kosmetika macht, anders. Deswegen, einmal die zum Anschauen, einmal eine Reifenpflege von Autobright, die ich noch nicht getestet habe, nämlich das Classy. Das soll eher so einen matten, seidenmatten Look erzeugen, weil das Well-Dressed hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Deswegen wollte ich mir anschauen, ob das hier besser funktioniert und einfach eine Ergänzung für meine Wachssammlung, die von ODK, das Casino Night Limited Edition 4 und 3 und dann auch noch der Glow-Job. Ja, 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 ihr Ferkel. In dieser wunderschönen roten Farbe und lustigerweise das rieche ich. Ja, puh, 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 puh. Mein Duft kommt langsam wieder durch. Sehr schön. Die sind hier noch ergänzt in meiner Wachssammlung, insbesondere der Wachssammlung von ODK Wachsen. Sehr schön, das hatte ich mir bei Deep Point vom Andreas bestellt. So, dann, was haben wir hier denn noch? Das ist alles das gleiche Thema bis auf das hier. Mikrofaser-Applikator, Pelz, kleine Runde von FX-Protect und das Wheel-G. Eine Graphen-Keramik-Versiegelung für Felgen. Der Mini hat neue Felgen bekommen. Die werden demnächst dann installiert oder, wie sagt man, angebracht? Das Wort vergessen. Montiert. Danke, für die, die es jetzt schon reingeschrieben haben. Und die werden natürlich, bevor sie montiert werden, Keramik-Versiegelt und ich meine, ja, ich habe das Car Pro Deluxe da, ich habe das GN Rim da, ich habe das Surfaces Code Rims da. Aber wir wollen ja immer wieder neue Sachen für euch testen und deswegen habe ich mir eben das Wheel-G von FX-Protect geholt, weil, ganz ehrlich, so viele Keramik-Versiegelungen für Felgen gibt es gar nicht am Markt. Und deswegen ist es ja cool, wenn es hier noch eine weitere Alternative gibt, weil das Surfaces ist leider nicht für Privatanwender verfügbar. Wir haben also noch Car Pro Deluxe und wir haben noch das GN Rim. Dann gibt es noch was von G-Technik und dann gibt es vielleicht noch eine Handvoll, zwei Handvoll weitere Alternativen, aber das war es dann auch schon. Deswegen, wenn das hier gut funktioniert, kann man das in Zukunft als Alternative zum Car Pro Deluxe und zum GN Rim nennen. Die sind gut. Car Pro Deluxe, GN Rim funktionieren aus meiner Sicht gut. Standzeit ungefähr, ich würde jetzt mal bei einem normal bewegten Auto von einem Jahr rechnen, dann müsste man es nachlegen, weil die Hydrophobie dann schon nachlässt. Kommt natürlich stark darauf an, wie viele Kilometer fahrt ihr, wie wascht ihr es und so weiter. Aber das hier habe ich mir geholt, dann werden nämlich die Felgen versiegelt mit dem FX-Protect Wheel G und zwar nur mit dem Wheel G. Dort wird kein Referenzprodukt drauf sein und daran sind, ich bin jetzt offen und ehrlich und direkt, daran sind einige von euch schuld. Weil, wenn wir so einen Keramikversiegelungsvergleich auf Felgen für euch bringen und wir tragen Keramiken unterschiedlich auf dem Auto auf, dann heißt es immer, ja, du hast halt auf der Vorderachse gegen die Hinterachse verglichen, das kannst du nicht machen, das ist falsch, das sind keine klaren Ergebnisse. Wenn ich es links und rechts miteinander vergleiche, heißt es, ja, die eine Seite ist stärker belastet, weil sie näher am Straßenrand oder näher am Gegenverkehrt wird, also sind deine Ergebnisse Quatsch und da habe ich mir gedacht, wie man es macht, ist es sowieso falsch, also werde ich es mir persönlich auch einfach machen, meine Felgen nur mit dem Produkt hier versiegeln und dann gibt es halt nur ein Update zur Leistung von dem Produkt ohne Vergleichskandidat. Wie gesagt, daran sind einige von euch schuld. So, dann noch ein letztes Thema und das ist jetzt wirklich ein Thema, nämlich folgendes, ich räume mal alles schnell raus, ist das auch noch das gleiche Thema, ja, genau, das sind nämlich alles Kneten und oder Knetblocks, das ist noch die Anleitung zum Wheel G, bis auf das hier, das ist das, so, Moment, ich schmeiße den mal schnell weg, das ist das Lederfresh von Colorlock Nachschub, weil meine kleine Flasche aus dem Set war leer, jetzt habe ich mir nur das Lederfresh geholt, auch hier wieder, das ist einigen von euch zu verdanken, denn mein Video zum Lederfresh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch hier oben, in dem ich gezeigt hatte, dass es halt leider, wenn man es aufgetragen hat, erstens das Ergebnis nicht ganz so schön matt ist, wie bei anderen Reparatursets, insbesondere beim Ledermax Set, ich finde es persönlich sogar relativ glänzend und auch von der Haptik her finde ich es nicht so schön wie das Ledermax Set und zweitens ist es nicht haltbar, weil wenn man drüber reinigt, dann kommt Farbe mit, weil hier kein Härter mit dabei ist und auch kein Topcode. Da gab es einige, die gesagt haben, das ist Quatsch, das ist ein Fake Video, das wird von Ledermax bezahlt, du versuchst dir irgendwas zu zeigen, was nicht so ist und bla 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 bla. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir ein neues Set, ich habe mir auch noch ein paar andere, weitere Lederreparatursets von anderen Herstellern geholt und wir werden es einfach auch in Zukunft wieder zeigen und vergleichen. Wenn man mich halt reizt, dann reizt man mich halt. So, alles andere sind Kneten und zwar traditionelle Kneten von Chemical Works, von D-Turner und von Good Stuff oder Work Stuff? Work Stuff. Traditionelle Kneten und auch von Soft 99. Die hier, ich glaube sogar noch, nein, das ist was anderes. Ah, darauf gehe ich gleich noch ein. Von Soft 99, nein, dann ein Knet, wie sagt man denn, ein Knet, ist es ein Knetblock? Ne, so ein, boah, jetzt fällt mir echt der Name nicht ein. Die Alternative zum Sonax Clay Ball von Chemical Works habe ich mir noch geholt. Ich habe mir, das ist ein Knetblock von Shiny Garage geholt, ich habe mir ein Knet Handschuh von Chemical Works geholt. Das ist noch ein Reifenpflegeapplikator von ADBL, Gratisbeigabe. So, und das habe ich mir aus folgendem Grund geholt. Mein großer Knetenvergleich, jetzt muss ich schauen, wir können maximal fünf Videos pro Video verlinken. Falls das noch Platz hat, verlinke ich euch hier oben den großen Knetenvergleich. Der ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da waren unter anderem eben die Kneten von Chemical Works, von D-Turner und von Work Stuff nicht dabei. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir die für euch an und dann kann ich vielleicht ein Update bringen, eine 2024er Version dieses großen Knetenvergleichs, wo ich euch wieder ein paar Empfehlungen geben kann. Zudem wollte ich euch noch ein aktuelles Video machen von einem, das wird jetzt definitiv nicht mehr Platz haben, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte euch ein Video gemacht, das nennt sich die zehn wichtigsten Tipps zum Kneten, glaube ich. Das ist ein sehr erfolgreiches Video, rein von der Anzahl Betrachtungen her, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, das hat nur die klassischen Kneten behandelt. Es hat halt das Thema Knetblock, Clayball und Knethandschuhe nicht oder nur am Rande behandelt und deswegen finde ich, ja, dieses Video verdient ein Update oder eine neue Variante und deswegen habe ich mir das für euch angedacht und werde das demnächst für euch drehen und deswegen habe ich diese ganzen Materialien hier gebraucht. Die Soft 99 Kneten hatten in meinem großen Knetenvergleich relativ gut abgeschnitten, deswegen habe ich mir die wieder dazu geholt. Und dann, das letzte jetzt noch, den Soft 99 Spot Remover. Ein Produkt, was bisher, glaube ich, noch gar keine Aufmerksamkeit bekommen hat und das verspricht, dass eben Flecken aus Textilien, Fabric Spot Remover heißt er ganz genau, damit sehr gut sich entfernen lassen soll. Das wollte ich für euch ausprobieren, denn ich habe einen schönen Kebab-Soßenfleck bei mir im Dacia und dann werden wir mal schauen, wie gut dieses Set hier funktioniert. Ja, wie gesagt, ein Riesenpaket mit einer Riesenlieferung auch vom Warenwert her, aber, das war jetzt mal ein entspanntes Video, wo wir uns ein bisschen die Produkte angeschaut haben, die dann in nächster Zeit hier bei uns auf dem Kanal präsent sein werden. Wenn das Video für euch aufschlussreich, spannend, interessant war, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020